was geht ab meine freunde hier ist das ist weiter geht's mit der last of us part 2,5 weil ja gestern ja falls ihr gesehen habt hier schon ein paar zwei gehabt aber dagegen sechs minuten lang das ist mir etwas zu kürz deswegen gibt es jetzt im part 2,5 bin sofort da und ich hoffe dass es auch dann heute jetzt klappt mit der playstation scheiße weil das hat gestern schon ein bisschen abgefuckt die freunde meint zu fünf hat gewonnen wichtiger sich wichtiger sieht meine folge richtig was was wichtig so war mir jetzt hier genau alkoholiker ach so ja bin ein profi so krass wie die nerven kann ok das sind ein paar gucken wir mal ob wir noch irgendwas bauen können ja wie das abfuckt man ich fand es kaum mit dem scheißspiel ja ok 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 und jetzt geht er rein ok 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 Ihr wisst wie man sein muss Man muss sein wie ein Katze Eigentlich nur die Schlampe Ich muss erstmal gucken wo die jetzt hinläuft Jawoll Sofort am Ende Ja Oh Gott Dann kann sie auch von vorne anscheinend überwältigen Die normalen Eins Nein Achso Du hast nichts gemacht Was hast du denn für Die Tier Die 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 Ganz normal dass man sowas macht Ich wusste jetzt was ich sonst machen könnte ich habe habe ich habe ich ein messer Okay Aha Werfen Werfen Was 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 Rätsel überspringen Ich muss jetzt bestimmt warten die geht da drauf und fällt runter Achtung die Dng D振 windig windig hier sind keine gegner hallo morts gott damit sie auch und stelle dich nicht so an stelle foto aus klavier brutals brutals sieht es aus wo ist die dina hin die wird gerade krantelig so hier vielleicht oh kacke schweizer verweiter ach da müssen wir da die schreit sich den hals darauf dezent dezent zu viel bestellt oder morts gott aber ich habe ja die erlaubnis nicht bekommen das video in die gruppe zu stellen im gegensatz zu anderen die einfach einen schlafenden im stream zeigen schweizer Immer vor ich's halbe gucken, weil ihr wisst, sie müsste sein wie eine Katze. Mensch, du siehst doch da ist da eine Kette, da ist da eine Kette, das siehst du doch. Also ich muss jetzt nicht so nah dran gehen, um zu sagen, dass da ein Bett ist, dumme Nuss. Oha, 19 Teile. Weil du ne Jumper bist, weil du ne Jumper bist, weil du ne Jumper bist. Ich find's heute voll ekelhaft, dass mir angezeigt wird, dass ich wieder nur zwei angezeigt bekomme. Ekelhaft. Das ist so behindert. Das steht. Ja, so allgemein ist das einfach nur behindert, diese Zuschaueranzahl. Und das Schlimme ist, ich weiß ja, dass es mindestens drei, wenn nicht sogar noch mehr sein müssten. Aber, äh, nachher in meinem, äh, Summary krieg ich angezeigt, ach ja, ich hab zwei nur zugeguckt. Ach so, und ihr wollt den Generator jetzt anmachen? Das ist ja bestimmt nicht laut. Hm? 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 Dumme Weibers, äh. Lecking ist da. Oh, ne Werkbank, Leute. Zack. Gucken wir mal nach, was wir alles aufmotzen können. Ah, was soll ich nehmen, Leute? Was soll ich nehmen? Komm. Hier. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll, Leute. Was soll ich nehmen? Rückstoß. Sehr gut, Matthew. Hatt ich auch gedacht. Zack. Warzone kann kommen. Okay. Ja. Komplett. Woson lässt. Grüße. Arschbombe. Hähhhhh. Letzten. Dann steigen wir es draufwerfen. Wo läuft die jetzt hin? Ach, ja, es interessiert auch kein Schwein. Aaaaaaahhhhhh Oh my gosh Guck mal, da kann man nichts mehr mitnehmen oder was hier? Ich hab das Gefühl, da ist irgendwo eine. Ich hab das Gefühl, da ist irgendwo eine. Oh, ich hab irgendwie das, was ist denn das? Oh, oh, oh. Geil! Finde ich echt schlecht, dass man sowas macht. Einstecken! Was soll ich jetzt hier machen? Haha! Och! Kann ich dich mal? Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Ein Gras schlecht gehen? Hm, sieht das aus? Kriegst du das nicht auf? Oh, das sieht jetzt aus. Ei, 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 ei. Ja, jetzt will ich auch unseren Joint vom Boden aufheben, ja. Und die bückt sich wieder ein, die bückt sich wieder ein. Jetzt wird's gefährlich, Leute. Es wird so gefährlich. Wie sehr magst du mich? Wie sehr magst du mich? du bist. Wow, tut sich einfach da. das wird jetzt nicht jungen frei das ist jetzt vorbei die spaß ja die weiß es nicht das sammels weiß nicht wie der kurs war ich will jetzt nichts verraten über weiß ja nicht was hier so abgeht ich kann nichts dafür das ist ein spiel die müssen dann doch was bannen es kommt schnegelegen 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 also ich frage mich halt jetzt wofür diese zähne wichtig für die ganze geschichte war weil jetzt spiel ich mir die epigale es sind ganz schön viele jetzt muss aber links an dem vorbei hier so eine ok oder kommt eine auf mich zu und noch eine verdammte scheiße nein wo muss ich jetzt hin okay ich bin tot hat's gemacht jetzt bin ich tot ja ok l1 taste zum ausweichen ich glaube auch das wäre jetzt funktionierend gewesen das war die sind immer noch neben mir her Die kamen direkt auf mich zu. Ich muss anscheinend da runterspringen. Oh my... Oh my gosh. Hey, du dumme Zau. Ich hab noch keine Ahnung, wo ich lang muss, gell? Was ist so krank? Oh my gosh. Alter, wo... Oh! hohohoho ich bin das doch jetzt noch nicht mal medikit du dumme nuss ha 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 also jetzt könnt ruhig das ölzimmer zu gucken weil jetzt geht hier die post ab ha ha oh alter das ist ganz schön laut krass hey der hat mal ein klamotter geklaut pisse träge das spiel ich glaub's auch oh ne joe ja 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 kranker gesellschaft jetzt hatte ich doch schon tschüss kranker gesellschaft und noch ein bisschen mehr als bis jetzt gibt's ein knüppel ja 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 Wo wird? Oh, ich bin da bludele. Oh, der Mitchkott entschreckt der Drecksack. Oh nein, ich bin ein Idiot. Das ist ein Clicker. Ah! Ah! Steh doch auf! Ah, wo sind wir denn hier? Bei Days Gone oder was? Junge, Junge, Junge. Servo da, Frioche. Servo da, Frioche. Es ist ein Wunsch heute und die Wunsch ist gesichert. Das baut wir raus. Wir haben die Klappe. Okay, ich mach die Tür auf. Okay, du weißt, komm. Komm! Na los! Du hast, also eine Menge hast du jetzt schon verpasst. Ey krass, ich bin schon zweimal verreckt. Ha! Und, äh, ja. Da ging eben die Post ab. Und die beiden, genau, die habe... Ficke, 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 Ficke! Ja, Days Gone ist auch ein Songwil-Game. Es gab Schneckelecke. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-neckelecke. Was ist denn jetzt? Die Stelle danach, ey. Das ist ja zur Zeit das Plus-Spiel, Manny. Ey, krank eben. Ich wusste nicht, wo ich hinreffen soll. Da hab ich probiert abzuschießen. Aber es waren mindestens 15 Stück. Was? Komm, ey, überall so Scheiß-Sommersprose. Ekelhaft. Das ist eine wahre Geschichte. Oh, soll ich nicht mehr was machen? Was ist denn so gut? Jessie? Oh! 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 Jetzt erwisch das! Jetzt erwisch das! Jetzt erwisch das! Ficke, 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 Ficke! Das war der Freund von der Dina. Ja! Ha! Genau! Ah! Gute Glenn! Dein Auge ploppt dir noch gar nicht raus! Warum sind deine Augen normal? Nein! Nie ohne sei verwaschen! Ich muss nach rechts! Ja, und du hast gefickt während dein, dein Vater, dein Ziehvater stirbt, du Nutter! Ach was die überhaupt nicht los. Ach was die ganze Zeit! Oh! Ja! 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 Jung, ja! 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 Vierd Àas ist... ja oder halb dieses mann zwei wo jetzt da bei dem joel auf dem pferd war aber hauptsächlich ja spiel ich die elli das kleine listen maus er möchte sein pferd würsten es ist Was sind das denn für hässliche Weibe in diesem Spiel? Ach Gott, normal. Was geht denn jetzt ab? Ah, stimmig. Wir haben die gerettet. Ah, jetzt kann ich wieder voll flippen. Geile Story. Oh, in. Halbe, halbe Knie, also Knie und noch ein Stück Bein fehlen. Alter, was ist das so eine? Was ist das? Was ist das so ein Stück Deinse? Hasen Job. Was ist das so? Fuck! Bill Chang! Springen! So, jetzt bist du unten. So, jetzt geht's. Tommy? Okay, da kann ich schon mal nicht so, finde ich echt scheiße. Okay, die nimmt die einfach nicht mit. Nerv mich nicht, ich gehe heute nicht mehr in die Zone. Ich werde jetzt nicht schon wieder den Stream beenden. Ich mache euch alles kalt! Was ist los? Was ist los? Lass dich fahren! Oh, wow! Oh, wow! Da ist er! Okay! Okay! Bendejo! Bendejo! Ich muss ehrlich sagen, ich habe anfangs gedacht, ich muss sie spielen, weil die irgendwie dann zusammenfügen und vor die Connection aufbauen. Alter! Alter! Ohne Scheiß! Richtig widerlich! Und du hattest Sex gehabt mit der Lesbe! Du Lesbe! Ihr seid beide! Les Bosse! Wenn dein Freund gequält wurde! Ja, jetzt ehrlich so, das ist genauso wie bei The Walking Dead! Also Telltale! Du hast die ganze Zeit Liege gespielt! Warte mal, ist er weg! Ey! Tod! Weg! Was? Was? Schock! Was für ein Spoiler! Also sorry, wenn du jetzt so anfängst, du weißt ganz genau, du hast das Spiel schon mit mir drüber geredet und da wusstest du genau, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass Lee stirbt! Ach, der lebt noch! Ach, krass! Okay! Ich hab echt gedacht, die, 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 die Abby, die ist das Spiel! Äh, ja, die, die ist eine gute, die machen Connection! Ha! Kann man sich irren! Nichts, die sind nicht gut, nein! Sieh! 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 Bullshit Seller. Bullshit Seller. Okay. Oh, oh, oh. Ismegaega. Zack, hat sie gemacht. Kannst mich nicht umstimmen, kleine Bitch. Ich habe mal eine Frage an euch, Chat. Hättet ihr Lust, dass ich mal so ein interaktives Spiel spiele, wie Detroit oder halt die Telltale Games? Also mit Entscheidungen, wo ich dann euch befragen könnte. Weil es ist ja jetzt keine große Verzögerung mehr. Und ich glaube, dann werde ich mal bald so Spiele anfangen. Nur wenn ihr Bock habt. Nur wenn ihr Bock habt. Also lasst euch mal durch den Kopf gehen, könnt ihr mal dann try. Lee and Driver. Sehr gut. Sorry. Das ist jetzt schon wieder zu lange auf den Stuhl. Lenz. Voll krass, ey. Da ist Joel einfach tot. Ben hat es gemacht. Aber ich habe gehofft, ich habe echt gerade gehofft, weil es wusste ja jeder, dass die mit dem Golfschläger draufhaut, dass man das sieht. Das wäre noch so die kranke Gesellschaft dabei gewesen, weil einfach nur der wäre. Aber hey. Stell dich nicht so an. Ja, aber ich glaube jetzt werde ich nach Call of Duty werde ich jetzt das Spiel jetzt erstmal komplett durchspielen und dann werde ich anfangen mit so Interactive Games. Viele von den Of Telltale Games. Viele von den Of Telltale Games. Viele von den Of Telltale Games. Ja. Kommt die mit? Die müssen jetzt so, die sind jetzt dicke zusammen. Fotze. Ja. Scheiß Maria. Bei dem wäre der Auto. Pfff. Ich bin halb in darin, ich geh mit. Pfff. Komm jetzt lauf mal ein bisschen schneller. Jобще. Pfff. Hahaha wie schlecht so das sie gerade aus. Oh wow ok. Krass. Ich fand's voll Scheiße aus mit dem Hasen. Hahaha. Noch langsamer geht es nicht oder. so jetzt müssen wir hier looten was soll er hier noch so rumfliegen was ist afrika maybe upstairs webinar da hat er mir zwar kommt was angezeigt aber ich gehe trotzdem erst einmal hier durch ich habe gedacht kennt sich vielleicht so trufstelle macht vielleicht falsche entscheidung da anzufangen ich finde es krass ich kann dass das kann ich ist mein schwenken man kann die nicht machen nur so locker aus dem handgelenkt oh this is a shave weapon wickling stickt sich ein ich komme klar ohne jetzt jetzt die backen es riecht noch nach ihm ich hätte ja nicht gedacht dass es so ein traueres spiel wird ich will es erstmal noch hier rein genau das wichtigste zu elender das ist echt also finde ich finde ich gut finde ich super du hast den platz ganz oben im höhe verdient du solche menschen wie du gehören einfach nur geboxt und erschossen was also es ist das das ja ja es ist ja 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 da ja Ich kann es nicht mehr sagen. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß es besser. Wurde ich dich? Ehrlich? Jetzt ehrlich, Gordon? Hast du wirklich gemacht? Respekt, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So ein elendes Arschloch. So, Timeout mit Zeit gemacht oder einfach nur gebannt auf Lebenszeit? Ehrlich, ekelhaft. Ja, kannst du den nicht bannen? Geht das nicht? Ja, dann bannen den. Ja, bannen den. So ein Stück Scheiße brauche ich ehrlich nicht, ey. Sehr schön, Maddy. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So ein elendes Arschloch. Boah. Ja. 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 ja ich glaube nämlich auch und selbst vorher keine probleme über den hatten das ist ja scheiß drauf es war jetzt kacke dass er es verraten hat aber egal ich will es trotzdem durchspielen es ist mehr als ein schwuchtel locker zwei wenn ich sogar sieben das einzige was ich sagen muss was mich so ein bisschen bei dem spiel stört du hast wieder überhaupt keinen anhaltspunkt überhaupt kein anhaltspunkt wohin muss man kann ich in die autos rein dann stellen wir das machen gut geht zum beispiel wo ist weiter lang da hoch ist anscheinend parley bist du noch da dann sagt man ob ich hier irgendwas irgendwas finden kann weil dann brauchst du dich die ganze zeit rum suchen ja die kommt scheiß drauf aber jetzt muss ehrlich sagen der arsch hat so einen kleinen dämpfer mir jetzt schon gegeben weil ich habe mich das ist wahrhaben spiel wo ich mich überhaupt nicht voll informiert hatte ich wusste es ist ein sehr guter spiel kommt stellt sich mit der drunter ja ja ich muss gar nicht da lang ok Ich fühle ich dann erst rum Es ist halt widerlich, dass es wirklich solche Menschen einfach nur gibt Ich weiß auch nicht, warum man sowas machen muss Also Aber jetzt habe ich meine erste Person auf der Bannliste Danke, ModsGordi Steigt doch Steigt doch von der anderen Seite Das ist so widerlich Da fragt man sich doch echt, was hatten die für eine Kindheit, Erziehung Das ist so ein inzug geplagtes Kind gewesen bestimmt Aber ja Egal, komm, wir machen trotzdem das Beste draus Auch wenn der Huren alles kaputt gemacht hat Artefakt Komm doch mal her Hallo, renn doch nicht weg Bist du irgendwie dumm oder so Ich weiß jetzt noch nicht Warte mal, ich gucke mal Okay, geht jetzt nicht Wenn ich jetzt hier drücke Nein, okay Ob ich jetzt die Karte auch benutzen kann Oh Der Set hat gewöhnt So, Leute Ich glaube Lassen wir die noch ausreden Okay Leute Ich glaube, die Stunde reicht jetzt erstmal wieder Wir haben 1,2 und schon 10 Es ist zwar saugeil, dass ihr dabei seid Klar, mit einem bitteren Ende Aber das Positive daran Er kommt nicht wieder Hm? Leute, das war euer Agilas This is for the A Habt noch einen schönen Sonntag Und ich denke mal, ich werde morgen wieder für euch da sein Haut's denn hin Ich denke mal, ich werde morgen wieder Ich denke mal, ich werde morgen wieder